Also ich finde, der Tennissport hat es verdient, wieder mehr in den Fokus zu rücken. Und gerade so ein Turnier wie hier in München bietet alle Möglichkeiten dafür. Und wenn einer noch nicht probiert hat, Tennis zu spielen, soll das probieren. Das ist wirklich mit der geilsten Sport, den es gibt, nachgeschmückt. Das war ein Scherz. Ich bin tatsächlich Tennis schon seit 40 Jahren. Also direkt nach meiner Geburt habe ich angefangen Tennis zu geben. Deswegen kann ich nur noch sagen, wir sind Tennis.